Hi, ich bin der Kai und in diesem Video zeige ich dir heute einmal, wie du deinen Schaltplan in verschiedene Sprachen übersetzen kannst. Das Ganze gehört wieder zu meiner Grundlagen-Playlist. Den Link dazu findest du wie immer unten in der Videobeschreibung zusammen mit noch weiteren Informationen. Am Ende dieses Videos zeige ich dir noch einen genialen Trick, wie du dir beim Übersetzen deines Schaltplans jede Menge Arbeit ersparen kannst. Und jetzt lass uns mal loslegen. Bevor wir den Schaltplan übersetzen, schauen wir uns als allererstes einmal die Parameter an. Diese findest du in den Einstellungen, hier über den Schraubenschlüssel. Dann gehen wir erst einmal unter Benutzer und hier unter Übersetzung. Hier unter Allgemein findest du schon mal Voreinstellungen für deine Übersetzung. So kannst du hier zum Beispiel einstellen, welche Sprachen du in deinem Projekt verwenden möchtest, was deine Quellsprache ist und hier kannst du die Haken setzen für bei der Eingabe übersetzen, Groß- und Kleinschreibung beachten, bereits übersetzte Texte verändern und manuelle Auswahl bei Mehrfachbedeutungen. Was ich dir dringend empfehlen würde, ist hier bei Segment den Eintrag, Gesamten Eintrag wählen. Wenn du hier Gesamten Eintrag wählst, wird immer der komplette Text übersetzt und nicht einzelne Worte oder ein einzelner Satz. So kannst du sicher sein, dass du bei der Übersetzung den Sinn deines Eintrages nicht verlierst. Hier unten kannst du noch die Groß- und Kleinschreibung einstellen, ob du zum Beispiel übersetzte Texte nur in Groß- oder nur in Kleinbuchstaben haben möchtest oder aber, ob du zum Beispiel überall bei der Übersetzung am Anfang ein Großbuchstaben haben möchtest. Hier unter den Parametern Artikelverwaltung kannst du einstellen, welche Texte du aus der Artikelverwaltung mit übersetzen möchtest. Hier solltest du am Anfang dir schon mal genau überlegen, was du alles mit übersetzen möchtest, zum Beispiel Texte, die nachher in der Artikelstückliste oder Summenstückliste stehen oder Texte, die du eventuell an den Bauteilen anzeigen lassen möchtest. Hier unter Wörterbuch findest du jetzt die eigentliche Datenbank. Bei eBlan werden die übersetzten Wörter alle in einer Datenbank gespeichert. In meinem Fall ist das jetzt eine SQL-Datenbank. Du hast aber auch die Möglichkeit, eine Access-Datenbank zu wählen. Allerdings musst du hierfür eine 64-Bit-Variante nehmen. Hier unten siehst du die Wörterbuchsprachen, die bei mir jetzt im Wörterbuch alle schon drin sind. Und hier neben haben wir noch ein paar mehr Parameter, wo wir Haken setzen können. Was vielleicht noch ganz wichtig ist, ist hier unten der Parameter Eingabe. Hier hast du die Möglichkeit, eine Autovervollständigung anzuwählen und eine Autokorrektur. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man die Autovervollständigung aktiviert, nervt mich das immer ein bisschen. Außerdem dauert das Ganze dann relativ lange, bis dass die Texte dort stehen. Deswegen habe ich das bei mir jetzt nicht angehakt. Als nächstes schauen wir uns mal die Parameter im Projekt an. Dazu gehen wir unter Projekt, dann dein Projekt und dann unter Übersetzung. Hier findest du unter Allgemein jetzt wieder die Sprachen in deinem Projekt. Ich habe jetzt mal Deutsch, Englisch und Chinesisch und die Quellsprache ist Deutsch. Du kannst übrigens hier auch anwählen, dass es die Dialogsprache ist. Das ist dann die Sprache, in der Eplan bei dir installiert ist. Hier unten kannst du dann die Anzeigesprachen einstellen. Das heißt, ob du nach der Übersetzung den Schaltplan in Deutsch oder halt eben in einer der übersetzten Sprachen anzeigen lassen möchtest. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel auch Deutsch und Englisch zusammen anzeigen lassen. Dann würde dieses nachher untereinander stehen. Auch hier gibt es wieder die gleichen Parameter wie eben in den Benutzerparametern. Das heißt, hier kannst du auch wieder die Haken setzen und nochmal separat für dein Projekt anwählen, ob du das Segment satzweise übersetzen möchtest, den gesamten Eintrag oder nur das Wort. Hier unter dem Parameter Umfang kannst du jetzt entscheiden, welche Texte du alles übersetzen möchtest. Du kannst zum Beispiel den Eintrag Graviertext übersetzen und hier oben noch umschalten für alle möglichen anderen Texte. So musst du zum Beispiel auch schauen, dass die Seitenbeschreibung mit übersetzt wird, da ansonsten ja nachher dein Inhaltsverzeichnis nicht mit übersetzt würde. Bei übersetzbaren Seiten kannst du jetzt auch noch anwählen, welche Seiten alles übersetzt werden sollen. Also zum Beispiel das Inhaltsverzeichnis, die Artikel-Summenstückliste oder auch die ganz normale Schaltplan-altpolige Seite. Auch hier solltest du dir einmal Gedanken machen, was alles übersetzt werden muss, da du ansonsten eventuell nachher noch ziemlich viel nacharbeiten musst. Ich habe jetzt mal symbolisch für den Schaltplan hier ein paar Texte aufgeführt. Wir starten jetzt einmal hier vorne bei dem Text ePlan Electric P8. Wenn wir uns den Text einmal anschauen, ist das eigentlich ein Text, den wir nicht unbedingt übersetzen möchten, da das Ganze ja eigentlich ein Eigenname ist. Wenn wir einen kompletten Text nicht übersetzen möchten, dann können wir hier unten den Haken setzen für nicht automatisch übersetzen. Du hast übrigens immer die Möglichkeit, unter dem Reiter Format und dann bei Sprache auch hier auszuwählen, dass dieser immer in einer bestimmten Sprache angezeigt wird. Und du kannst hier natürlich auch anwählen, wenn du mehr Sprachen anzeigen lassen möchtest, ob diese untereinander oder nebeneinander liegen sollen. So, ich bestätige das Ganze jetzt hier einmal mit OK und damit wird dieser Text jetzt später auch nicht übersetzt. Als nächstes schauen wir uns einmal den Text Einspeisung 400 Volt 50 Hertz an. Hier ist es ja jetzt so, dass wir zum Beispiel sagen könnten, wir möchten die 400 Volt 50 Hertz nicht übersetzen, sondern nur das Wort Einspeisung. Dann hätten wir die Möglichkeit, das Ganze zu markieren und mit rechter Maustaste einmal hier nicht zu übersetzender Text Kennzeichen anklicken. Dann wird der nicht zu übersetzende Text in zweieckige Klammern gesetzt. Das Ganze übernehmen wir wieder. Als nächstes schauen wir uns mal den Text Rückmeldung Motorschutzschalter 1 an. Diesen Text könnten wir jetzt einmal übersetzen. Und zwar markieren wir den und gehen über rechte Maustaste Übersetzen. Wenn wir das jetzt machen, werden uns hier die Spalten angezeigt für die ganzen unterschiedlichen Sprachen, die wir im Projekt eingestellt haben. Hier könntest du jetzt zum Beispiel die Übersetzung eintragen. Der Nachteil ist allerdings, dass dieser Text dann erstmal nicht im Wörterbuch ist und in Folgeprojekten nicht zur Verfügung steht. Deswegen könntest du jetzt hier einmal über Wörterbuch gehen. Dann öffnet sich dein SQL oder deine Access-Datenbank. Und jetzt hättest du hier die Möglichkeit, die Übersetzung für alle Sprachen, die in deinem Wörterbuch vorhanden sind einzutragen. Ich mache das Ganze jetzt aber erstmal nicht, denn ich möchte ja gleich den ganzen Schaltplan übersetzen. Was wir jetzt auch machen können ist, wir markieren die ganzen Texte, gehen über rechte Maustaste und sagen jetzt hier Übersetzen. Dann wird der E-Plan in der Datenbank schauen, welche Texte vorhanden sind und uns diese schon einmal übersetzen. Dann könnten wir hier über den Schraubenschlüssel gehen, dann unter unserem Projekt in den allgemeinen Einstellungen die Anzeige Sprache ändern, zum Beispiel auf Englisch und Deutsch rauslöschen und würden jetzt hier sehen, dass bei mir in der Datenbank zum Beispiel das Wort Einspeisung schon existiert. Die 400 Volt 50 Hertz werden ja nicht übersetzt, da wir diese in ergegge Klammern gesetzt haben. E-Plan Electric P8 wird auch nicht übersetzt, da wir den Haken nicht automatisch übersetzen gesetzt haben. Wenn ich jetzt mal die Taste I drücke, sehe ich die Einfügepunkte für die anderen Texte, die hier noch standen. Diese wurden jetzt nicht übersetzt, da diese in der Datenbank nicht vorhanden sind. Was wir jetzt einmal machen ist, wir markieren einmal das gesamte Projekt, gehen dann unter Dienstprogramme, Übersetzung und exportieren hier die Fehlwortliste. So hier hast du jetzt die Möglichkeit, einmal das Ganze als XML oder als Tabulator getrennten Unicode-Datei zu speichern. Ich lasse das Ganze bei der Tab getrennten Unicode-Datei und speichere das Ganze jetzt einmal hier ab. Jetzt haben wir eine Textdatei, in der alle unsere Fehlworte drin sind. Jetzt öffnen wir einmal Excel, eine leere Excel-Tabelle. Dann gehen wir über Datei öffnen und öffnen jetzt einmal die eben exportierte Tabelle. Hier in dem Ordner müssen wir jetzt noch alle Dateien umstellen und finden jetzt die eben exportierte Tabelle. Hier müssen wir jetzt angeben, dass diese getrennt ist. Wir haben ja eben eine Tabelle gespeichert, die durch Tabstops getrennt wurde. Hier setzen wir jetzt den Haken bei Tabstops und dann sehen wir auch schon, dass sich die Tabellen automatisch hier unten ergeben. Das Ganze können wir jetzt fertigstellen. So, jetzt haben wir hier unsere Fehlwort-Tabelle. Wir sehen hier einmal die Spalte für die deutsche Beschreibung und einmal die für die englische. Hier hinten haben wir noch die Möglichkeit, einen Kommentar hinzuzufügen. Wenn es zum Beispiel mehrere Worte gibt, die die gleiche Bedeutung haben oder umgekehrt die gleichen Worte, die verschiedene Bedeutungen haben können, dann macht es Sinn, hier hinten einen Kommentar reinzuschreiben, da bei Mehrfachdeutung E-Plan eine Abfrage macht und dann kannst du anhand des Kommentars besser eine Zuordnung machen. Ich schalte jetzt hier in meinem Schaltplan die Sprache nochmal auf Deutsch um. Und was wir jetzt hier sehen, ist, dass wir eigentlich einen Text haben, Rückmeldung Moderschutzschalter 1 und einen Text Rückmeldung Moderschutzschalter 2. In unserer Fehlwortliste ist allerdings nur ein einziger Text Rückmeldung Moderschutzschalter und danach der Platzhalter, %0. Dieser steht für die erste Zahl in meinem Text. Das heißt, ich brauche jetzt diesen Text nur ein einziges Mal zu übersetzen und nicht jedes Mal, wenn zum Beispiel Rückmeldung Moderschutzschalter 1, 2, 3 oder 4 dort steht. Ich kopiere das Ganze jetzt einmal rüber und füge jetzt hier einfach mal eine englische Übersetzung ein. In dem zweiten Text, der im Original hieß Rückmeldung Moderschutzschalter 1 und 2, sehen wir jetzt, dass weitere Zahlen in unserem Text mit weiteren Platzhaltern besetzt werden. Die erste Zahl wird mit %0 besetzt und die zweite Zahl dann mit %1. Und so geht das Ganze dann fortlaufend mit %2, %3 und so weiter weiter. Ich kopiere jetzt auch diesen Text einmal in die nächste Spalte. Nehmen wir hier einfach die Übersetzung von oben und habe das Ganze jetzt fertig. Ich kann das Ganze dann abspeichern und schließen. Als nächstes müssen wir jetzt in Eplan die Fehlwortdatei wieder in das Wörterbuch importieren. Dazu gehen wir einmal unter Dienstprogramme, Übersetzung, Wörterbuch bearbeiten und hier unter Extras importieren. Jetzt fragt uns Eplan noch, was die Quellsprache war, das ist in unserem Fall ja Deutsch, und hat die Wörter jetzt im Wörterbuch importiert. Bei der Gelegenheit schauen wir uns gerade mal noch hier die weiteren Parameter für das Wörterbuch an. Hier unter Wörter bearbeiten findest du alle Wörter, die in deinem Wörterbuch vorhanden sind. Hier kannst du die ganzen natürlich auch nachher manuell einmal nacharbeiten. Du hast auch die Möglichkeit, Wörter einzutragen, die prinzipiell nicht übersetzt werden sollen. Wie zum Beispiel einfache Buchstaben AB oder ISO oder M für Meter. Den wir mit dem Ganzen fertig sind, gehen wir einmal hier auf Schließen. Markieren hier in dem Fall einfach unsere Texte und sagen rechte Maustaste, Übersetzen. Oder wenn du das Ganze für dein gesamtes Projekt machst, markierst du natürlich hier dein gesamtes Projekt und kannst dann unter Dienstprogramme, Übersetzen, Übersetzen drücken. Dann wird das gesamte Projekt einmal übersetzt. Jetzt schalten wir einmal die Anzeigesprache wieder um und seht jetzt, dass hier die ganzen Texte übersetzt wurden. Jetzt habe ich meinen Schaltplan komplett auf Englisch übersetzt. Du kannst jetzt auch noch hergehen und kannst hier zum Beispiel einfach beide Sprachen anzeigen. Dann hältst du das Ganze jetzt immer untereinander. Am Anfang des Videos habe ich dir ja gesagt, dass es für diese ganze Geschichte auch eine schnellere Möglichkeit gibt. Wenn du jetzt einen kompletten Schaltplan erstellt hast, einsprachig und möchtest diesen jetzt übersetzen in eine Sprache, die du vielleicht noch gar nicht in deinem Wörterbuch hast, kann es schon vorkommen, dass du hier eine sehr, sehr lange Fehlwortdatei exportierst. Diese kann durchaus mehrere hundert Einträge beinhalten. Ich habe das Ganze jetzt einfach einmal vorbereitet und in Excel ausgegeben bereits und habe hier eine Datei, bei der ich 32 fehlende Worte habe. Um das Ganze jetzt zu übersetzen, müsste ich ja jetzt hier hinten manuell die ganzen Geschichten eintragen. Um das Ganze etwas zu beschleunigen, gehe ich jetzt einmal zu Google Sheets. Jeder von euch, der ein Google Konto hat, hat auch automatisch Zugriff auf Google Sheets. Das ist quasi die Excel-Version nur von Google. Hier öffne ich jetzt mal eine leere Tabelle und kopiere mir aus meiner Fehlwortdatei die erste Spalte. Jetzt gehe ich in mein Google Sheets und füge das Ganze hier wieder ein. Jetzt habe ich in der ersten Spalte meine deutschen Wörter und in der zweiten möchte ich die englischen haben. Um das Ganze jetzt nicht selbst übersetzen zu müssen, nutze ich die Google Translate-Funktion. Du kannst nämlich jetzt hier aus Google Sheets direkt auf die Google Translate-Datenbank zugreifen. Mit gleich Google Translate-Klammer auf-wollen wir jetzt die Zelle A1 übersetzen in Englisch. Die Quellsprache war Deutsch und die Zielsprache ist Englisch. Jetzt machen wir noch die Klammer zu, drücken auf Enter und jetzt macht Google eine Abfrage in der Datenbank. Das Ganze können wir jetzt einmal runterziehen. Und haben so jetzt automatisch alle Texte in Englisch übersetzt. So hast du jetzt auf Englisch eine einfache Google-Übersetzung. Natürlich musst du nochmal überprüfen, ob das Ganze auch Sinn macht. Wenn wir die ganze Spalte jetzt einfach einmal kopieren, können wir die wieder in unsere Excel-Tabelle einfügen und hätten hier jetzt so schnell die gesamte Übersetzung gemacht. Das Ganze wieder ins Wörterbuch importieren und dann wären wir fertig. Das war es auch schon wieder zu dem Thema. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Wenn du noch Fragen zu dem Thema hast oder dich weitere Themen interessieren, schreib es mir einfach in die Kommentare und wenn du kein Video mehr verpassen willst, abonnier den Kanal. Tschüss.